Das muss ich jetzt erst schauen. Also wir haben wieder eine Frage bekommen. Eine schöne Tonfrage, oder? Genau, jetzt habe ich das hier irgendwo aufgenommen. Und die Übersetzung von diesem Morse-Code ist eben, wie ist der Morse-Code entstanden? Und ja, es ist schon so, 1737 haben sie ihn erfunden irgendwie. Und 17.000 Jahre später haben sie ihn dann schon verbessert. Da haben die Indianer immer so Rauchzeichen gemacht. Das war doch auch Morse-Code. Also Morse-Code besteht ja nur aus drei kurz, langen Pausen. Ja, mehr braucht es ja nicht. So ein Casanova erfunden. Irgendjemand, der dort seine Liebsten wollte sagen. Ich komme dann noch vorbei. Mit Licht und allem drum und dran. Das habe ich ja von Hand. Wahrscheinlich. Ah, ein ganzes Bildschirm. Weg du mir! Da kannst du Disco netten.